Dieser Mann will den Weltrekord der meisten Witze in 60 Sekunden brechen. Den hält momentan ein Brite mit 26 Jokes. Vier Wochen lang hat Comedian Markus Weise für diesen Auftritt trainiert. Der hat aufgelegt. Habe ich bei der NASA angerufen, da hat keiner abgehoben. Habe ich in Nordamerika angerufen, da war Kanada. Habe ich bei Frau Merkel angerufen, da habe ich mich wo vorwiegen. Wo wohnen Katzen im Mietzhaus, was macht ein Clown im Bürofaxen, was macht ein Polar auf dem Eis einbrechen. Wie nennt man ein Spanier ohne Auto, Carlos kommt ein Pferd in den Blumenland und fragt, haben sie mal geredet. Wie nennt man einen Bummerhang, der nicht zurückkommt. Stopp, wie nennt man einen schwedischen Türsteher, lasst er reinstehen, was eine Biene im Bambus vor, ein Öko-Vit-Berator. Was ist ein Kauber ohne Pferden? Sagt die Schlepper, kommt Kauber zum Friseur, kommt wieder raus. Von ihm weg, reden zwei Luftballons, hat einer, ich halte Platz, sagt, es geht ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt. Sie kommen aber spät zu welchem Arzt, gibt ihn heute zum Holz, nach dem Ohr noch. Herr Dr. Alicken, reden mich der Nächste, bitte. Warum sind Ameisen nicht in Kirchen, sie sind in Sekten. Was beamt hier, London, steppelt Abhebchen, sagt die 0 zu 8, schicker Gürtel. Wie nennt man einen griechischen Fäbchen, wie Giererspieß? Was macht ein schwuler Adler, er fliegt zu seinem Horst? Was macht eine Blondiner Wüste, Staubsaug, was ist Geld und hüpft durch den Walden, Postfrosch, steht ein Schwein vor der Steckdose, na, Kumpel, wer hat dich dann angemauert? Ich habe in der Hölle angerufen, war doch nur eine Hotline, warum arbeiten Skelette nicht auf dem Bauch, sich schulden Knochenarbeiten. Die Minute ist unten. Es waren tatsächlich 31 Witzes, in eine Minute 60 Sekunden, also sage ich herzlichen Glückwunsch, lieberweise zum neuen Weltrekord. Laut Guinness World Record muss der Witz übrigens aus einem einleitenden Satz und der Pointe bestehen. Wie gelungen die Pointe sein muss, darüber ist nichts bekannt.